Hallo und herzlich willkommen zu den digitalen Quick-Tipps! Mein Name ist Arno Burger. Auch wenn es in OneNote keine spezielle Funktion zum Anlegen eines Inhaltsverzeichnisses gibt, so ist es doch recht einfach. Ich möchte auf dieser Seite vorhandene Tipps und Tricks ein Inhaltsverzeichnis anlegen von Seiten, die ich hier schon habe. Ich markiere dazu die erste Seite, die ich im Inhaltsverzeichnis haben will, und markiere dann alle Seiten, die auch im Inhaltsverzeichnis sein sollen. Das soll jetzt eine Gruppe bei mir sein. Das heißt, ich drücke die Großschreibtaste, markiere dann die letzte Seite in der Reihenfolge, mache einen Rechtsklick in die Markierung, wähle den Befehl Link zur Seite kopieren, gehe dann auf die Seite, in der ich das Inhaltsverzeichnis haben möchte, Rechtsklick an die Stelle, an der ich es haben will, und dann Einfügen könnte ich auch mit Strg-V machen. Jetzt habe ich ein Inhaltsverzeichnis. Wenn ich jetzt auf einen Link klicke, dann springe ich direkt zu dieser Seite, und über Zurück komme ich zurück. Hier gibt es eine Seite, die ist noch leer, deshalb ist die gestrichelt unterstrichen. Wenn ich jetzt das Inhaltsverzeichnis ergänzen möchte, weil ich noch weitere Tipps und Tricks mache, dann markiere ich die weiteren Seiten, die ich ins Inhaltsverzeichnis aufnehmen will, wieder Rechtsklick, Link zur Seite kopieren, und füge die einfach hier am Anfang mit hinzu. Ich habe jetzt alle Seiten, die ich drin haben will, drin. Wenn ihr Seitentitel ändert, dann wird dieser Seitentitel hier nicht im Inhaltsverzeichnis mit aktualisiert, aber die Links funktionieren weiterhin. Wenn ihr es dann wieder aktuell haben wollt, dann ist meine Erfahrung – es ist am einfachsten – ihr löscht das gesamte Inhaltsverzeichnis, markiert nochmal alle Seiten, Rechtsklick, Link zur Seite kopieren, und fügt hier ein und habt euer aktuelles Inhaltsverzeichnis. Probiert es aus, schaut mal, wo ihr so ein Inhaltsverzeichnis brauchen könnt. Was euch vielleicht noch fehlt, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ihr wisst ja, ich beantworte die gerne. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir einen Daumen hoch und abonniert natürlich auch gerne den Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen, viel Spaß beim Ausprobieren, und bis zum nächsten Video! Ciao, euer Arno!